Here we go, Leute. Long time noisy, lange kein YouTube-Video gemacht, aber es war ja auch Sommerpause. Keine NBA-Spiele und jetzt sind sie zurück. Heute geht's los. Ich bin auf dem Season Opener Game Celtics gegen die 76ers und wir stehen hier vor meinem wunderschönen Hotel. Ich bin jetzt ready und ich werde jetzt gleich von meinem Uber abgehauen und dann geht's los. Zwei Stunden und 15 Minuten, dann ist Tip-Off. Let's go! Ich bin jetzt auf dem Halt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 A member of Mr. Moore? Wingspans span the horizon, the skyscraper layers. The city perched on his shoulders is like the city, not rising to the height of them. If you want to do it. If you want to do it better. I said I can't even done. Now this one's a challenge you won't ever come. Russell, the man, is someone who stood up for the rights and dignity of the Wallman. I know your dreams are home. I'm doing that. My kids are playing my kids. And nobody better here. So don't give up. And don't give in. You gotta believe, believe, believe that anything is possible. You gotta believe, believe, believe that anything is possible. You gotta keep on and see it through. No matter how hard it is to do. You gotta believe to find the fire that's inside you. You gotta believe. So here we are. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.